Wimmer, Jensen, der kleine Simonsen spielt rechts außen, die Gladbacher wollen mit, immer noch Danner, die Möglichkeit und Tor, durch Simonsen, nur vereinzelt etwas mit der Spielerposition zu tun haben. Mit der Achtverteidiger Oranen, immer noch an, Vogts Zweikämpfe gehen, Kontermöglichkeit, zweimal in Gladbacher gegen vier Spieler von Twente, Heinkes läuft mit, Simonsen. Jensen, und Jensen ist wieder mit Simonsen zusammen im Ballbesitz, vierte Chance für Gladbacher. ...hinein kommt. Simonsen und Jensen. Oh ja, festgehalten, Vorteil gelten lassen vom Schiedsrichter oder nicht? Nein. Ja, er war auf und da. Jawohl, die Gladbacher beginnen zu spielen. Die Anstalten inzwischen wieder auf dem Gemeinschaftsprogramm gelandet sind. Beim Spiel Twente Entschede sorgte Jupp Heinkes und Simonsen hat jetzt eine Chance gegen Overweg. Vogts, Simonsen, Overweg, Verteidiger Oranen und Wittkamp, der eine sehr... Allein, Simonsen gegen Drost und Heinkes. Oh, das ist ein glattes Foulspiel. Gestreckter Fuß, gestrecktes Bein von Achterbernd. Und Vogts bietet sich an. Jensens Fehlschuss. Ja, 1 zu 5. Trotz einer glänzenden Reaktion natürlich und auch für ihren Trainer, Hennes Weisweiler. Denn Weisweiler...